Ich habe sechs ältere Brüder, ich bin der Jüngste von sieben Söhnen und der Name Konrad taucht schon auf bei meinem drittletzten Bruder, der Ludwig Konrad, als Zweitname. Und meine Mutter hätte sich verständlicherweise auch einmal eine Tochter gewünscht, aber es hat nicht sollen sein. Und im Jahr 69, als es geboren wurde, in Altötting natürlich, dann ist ein richtiger Konrad draus geworden. Er passt besonders zu mir, weil ich auch aus der Heimat des heiligen Bruder Konrads komme, direkt aus der Pfarrei Weng und dort aufgewachsen bin, auch diese Wege und die Orte kenne, wo der heilige Bruder Konrad auch gegangen ist und ich kenne auch das Geburtshaus. Meine Frau stammt aus der Pfarrei St. Konrad in Hacklberg und wir haben uns in der Pfarrkirche St. Konrad damals das Ja-Wort gegeben. Ich werde natürlich immer durch meinen Namen in Verbindung gebracht, gerade auch mit Einrichtungen der Caritas und kaum als ich bei der Caritas war, wurde ich auch angesprochen, wie es denn sein kann, dass ich nach so kurzer Zeit schon auch, ja, dass da schon ein Gebäude auch nach mir benannt wird, das Konradinum, das ja auch ein zentrales Gebäude für die Dienste der Caritas ist. Ja gut, es gibt eine kleine Episode, das war im Jahr 1976, da bin ich gefirmt worden und zwar vom damaligen Gotthab in Selig General Fikar Geyer. Und der hat dann meinen Namen gehört und dann sagt er zum Schluss nach der Firmspendung, wie es sich gehört, der Friede sei mit dir und er fügt an und ein bisschen was vom Bruder Konrad, das ist doch dein Namenspatron, oder? Das hat mich gefreut, dass er mich persönlich angesprochen hat bei meinem Namen und bei meinem Patron und dieses schlichte ein bisschen was vom Bruder Konrad, das bilde ich mir ein, das hat er mir wirklich mitgeben und ab und zu, mitten im Alltag fällt mir das ein. Und dann denke ich mir, was wird jetzt der Bruder Konrad, was wird der in seiner schlichten Spiritualität, in seiner schlichten Alltagsphilosophie, wie wird der jetzt mit der Sache umgehen? Und das tut mir dann gut und das gibt mir Mut und das ist eine schöne Erfahrung.